Yo Leute und damit Willkommen zurück zu ME4 mit dem Flash Mit Sontos Aber äh ja So wie immer Von mir in der letzten Aufnahme hat man gemerkt, dass man kein Flash gehört hat Und sich meine Einstellung verstellt haben Behinderter Junge Naja Man muss ihn ja nicht mehr Ah das T funktioniert schon wieder nicht Der T funktioniert nicht Man muss den ja nicht immer hören Maul? Nee Kannst du da haben Maul? Nein Okay Okay das funktioniert nicht Das Kacke Dann machen wir was anderes Oh Achso Stimmt So Gegen Untote wollte ich was drauf machen erst Wolltest du? Hm Hm Dirt So Ah steht ja nicht drin Habst du dir eigentlich schon jetzt ein Herz gemacht gehabt? Ja zwei Stück Achso Ich hatte.. man hat null Nur so by the way Ja Ja Komischerweise hat man ab jetzt mal null Weil man gestorben ist und eine Party aufmacht Ich hab minus ein gehabt Ja Okay Hat natürlich auch was Jetzt hab ich einen erst Äh Wahrscheinlich weil ich diese komischen Herzen hin habe abgestern Ja Ja Oh Mann ey Hast du wieder klasse hinbekommen Ich weiß Ich weiß Ja Ja Ich kann da einen wie jedenfalls Blätter nehmen So Schmied Zombiebrain Knochenmehl Und Dirt Bonemeal So ob wir kein Bonemeal hätten Zubi Points Dirty Turtle Gravel Soil Gravel Soil Auch mal schmelzend Kannst du ailen was wir hier drin haben das ist heftig ich muss das noch brennen scha brennen scha brennen ein feld zu unteren hier kaktus-green 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 iran iran blöcke was andere schmerzt gut okay wenn das kaputt dann müssen wir noch mehr herstellen auch schon wieder von mir jetzt wirst du dir gerade das t wieder okay breins breins Du brennst da. Hier, du hast ein Stack. Ach, du hast da. Du bist ja gerade am Brennen. Hä? Du bist ja gerade am Brennen. Jünger, gib mir ein Ei. Oh, hab wieder ein Ei. Ah, ging schon wieder? Okay. Wie viel haben wir jetzt? Äh, 14. Okay. Also sechs Stück noch. Ich geh mal kurz gucken, ob wir... Ich hab gerade die Kiste so vollgemacht, noch vor der Aufnahme. Dass wir Weizen hier sammeln, unten. Geh ich die Kühe nochmal füttern. Dass ich die dann später auch wieder schlachten kann. Oh. Dann will ich ja noch Leder brauchen. Ein bisschen viel... Zeug wieder drinnen. Hm? Ich hab das doch extra so gemacht. Was? Dass ich das Weizen da... Nicht. Warte, ich hol das gleich eben raus. So, kacke. Dann macht er eben... Hol die Bohnmiel. Und mach hier irgendwas fertig. Was ist das extra so? Und der verändert das wieder. Der ist doch kacke. Das ist doch kacke. Nein, du bist kacke, ja. Warte, wir haben bestimmt noch Weed hier oben. Hier haben wir noch 63 Weed hier oben. Ja? Ja. Ach ja, hat dich ja reingetan. Stimmt ja. Hab dich jetzt reingetan. Auf einmal. Mhm. Weil ich gestern das doch schon gemacht habe. Wenn du füttern. Ja, 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 ja. Watze. Ja, 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 ja. Alter, kacke. Das hätten sie alle gesagt. Na komm. Machen wir mal voll, 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 voll. Ja. Ja, 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 ja. Das kann ich ja noch schließen. Das. Das kann ich ja noch schließen. Ja, ja, ja. Nein, ein Stück. Ein Stück noch. Ja, dann ist es so. Von mir ist es geil. Du schließt das doof, aber was macht er, da schließt das nicht komplett. Nee, er muss ja auch komplett schließen. Ich weiß. Ich weiß nicht. 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 Kann ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du hast keine Energie. ach ja das ist die gießkanne da zu dir du ich bin kein strom Ja, ja. Bum 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 bum. Ich muss noch nicht bum bum machen. Und halt's Maul. Bellen noch mehr rum.